Jo Freunde, Freunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr das schon lesen könnt, gibt es ab dieses Wochenende Gratis Gegenstände. Was ich hier Gratis Gegenstände meine, das erzähle ich euch nützlich in diesem Video davor. Leute, lasst auch gerne mal ein Abo da, aktiviert auch gerne rechts die geile Glocke. Und wenn ihr komplett das Video cool findet, dann lasst auch gerne mal ein Like da. Danke für euren Support. Und zwar Leute, ähm, geht es davor, geht es davor, noch kurz Werbung für einen anderen Literbanzer für OkuTV. Und zwar hat der einen Creator Code. Bitte den so eingeben, wie der hier steht. Ihr könnt den hier auch nochmal in dieser Ansicht besser sehen. Einfach OkuTV eingeben. Ist ne meinen Creator Code, sondern wie gesagt von OkuTV. Und jetzt auf geht's, ab geht's nach Twitter, um euch die Leaks zu zeigen. Und zwar gibt es ab dieses Wochenende wieder FNCS Drops. Ihr wisst ja, ihr müsst euren Twitch-Kanal ein Twitch-Konto mit Epic Games verknüpfen. Wie ihr das macht, schaut einfach mal auf YouTube danach oder auf Google. Dann findet ihr eigentlich direkt da etwas dazu. Und zwar geht es dieses Wochenende los und geht bis, wenn wir, ähm, ab Freitag glaube ich, vom 3. bis zum 6. Ähm, 2. in der Früh. Ihr seid nicht mehr gezwungen, das auf Twitch zu schauen, sondern auf YouTube. Aber ich würde euch empfehlen, das auf Twitch zu schauen. Hier steht, Watcht und Twitch, also schaut auf Twitch, YouTube, ähm, oder, ähm, hier Legends in Fortnite, um einen Drop zu bekommen. Genau, das soll es eigentlich schon von dem Info-Video gewesen sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr die FNCS-Items findet. Ich muss sagen, ja, das ist ein stimmender Shit, das habe ich schon. Das zunaste GG-Emote ist aus meiner Sicht nichts mehr Neues. Aber schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare und dann würde ich sagen, würde ich sagen, das war's. Verwendet bitte alle diesen Creator-Code und wir hören uns in einem neuen Video wieder auf 3. Ciao, ciao.